Lass ich mir mal den Thomas, Thomas Gottschalk einverstanden, einmal die Lackschülchen nochmal, Tommi kommen. Ich hab nie in meinem Leben auch noch ein Läckchen. Ohhhh! Überraschung, Überraschung. Rolando Willersong ist bei uns. Dann passiert das nochmal. Das ist unser zweites Team. Kommt mit, kommt mit. Großartig. Schaut euch bitte dieses an. Rolando. Hallo. Einmal Hallo sagen. Tommi, tapfer sein. Ich komm mal hier mit. Guten Abend. Ganz schön, dich zu sehen. Hallo. Und bei Rolando muss man noch erzählen, dass... Thomas, das ist der Ball. So muss man mit mir reden. Wir machen es ein bisschen komprimierter. Ich coach. Pro Team, drei oben und drei unten. Seid ihr bereit? Ladies first. Katrin, ihr könnt euch noch ein bisschen beraten. Hallo. Und der zweite muss jeweils nach oben. Gemischte Kappels, oder? Ja, natürlich. Drei unten. Ja, hier. Nicht die Fouroreo. Ein bisschen Chaka-Chaka. 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 Und wer fängt Rolando Willersong an? Ich? Ich versuch jetzt mal hier unten. Ja. Katrin Möhronstein. Ja. 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 Sieh doch aus. Gleich den nächsten. Okay. Verknapp. Auf Augenhut. Sehr gut. Wuhu. Ne, ich ja nicht. Du weiter. Drei weiter. Drei weiter. Danke. Ja? Ja, 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 ja. War schon nicht so schlecht. Also? Nicht schlecht. Hast du denn jemals gegen einen Ball getreten draußen auf dem Spielfeld oder so? Das ist so großartig. Was hat Jürgen Klopp gesagt? Jürgen Klopp hat gesagt, man darf keinen Anlauf nehmen. Du musst hinter dem Ball. Katrin Möhronstein. Der dritte Ball. Ja, weiß ich. Aber nicht so außen. Hä? Du musst nicht so weit außen. Du musst jetzt? Ja, aber ein bisschen nach innen kommen. Okay. Das, was diese Sendung braucht, ist ein Tor. Ja. Aber fast nicht. Jossa. Orlando ist dran. Wie immer bei Frauen. Man kann hundertmal auf die Frauen einreden. Wundervoll. Rolando auch mit Schuhen aus. Großartig. Aber der muss dabei singen. Sonst hat das kein Sinn. Wenn ich ein Tor mache, dann... Du musst unbedingt probieren. Ich schlage vor. Jetzt schießt erst die andere Frau um. Ja. Gut. Ja, schlage ich vor. Dann. Ja, fast. Überall. Nicht so hoch. Nummer zwei. Ja, fast. Super. Fast, fast, fast. Ja, fast. Ja, fast. Ja, fast. Ja, fast. Schön hoppeln. Lass ihn hoppeln. Großartig. Mensch. Aber ihr habt alles gegeben. Entfesselt. Okay, dann sind jetzt unter der Regie von Dieter Köppen die Jungs. Torwand. Ja. Torwand schießen. Entfesselt. Wer möchte anfangen? Tommi oder Rolando? Mit wem bist du zusammen? Wir sind zusammen, ja. Dann bist du jetzt dran. Okay. Thomas bietet den Höhepunkt. Nein, Oben. Bei Rolando Bileson muss man dazu sagen, dass der Großvater Fußballstar war in Mexiko. Ja, mein Großvater kam aus Österreich und er war ein großer Fußballspieler. Ich habe auch ein bisschen Fußball gespielt und ich war so gut, dass ich bin ein Opa-Sänger geworden. Jetzt versuchen wir. Dann wollen wir genau das jetzt sehen. Oben. Aber nicht so fest. Ist das ein Problem mit Lichthau? Ja, ja, ja. Ist versichert. Ist versichert. Okay. Nummer zwei. Rolando Bileson. Oh. Oh. Nicht schlecht. Oje. Ja. Was? Großartig. Das ist kein argentischer, sondern ein mexikanisches Spiel. Oh. 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 Auch. Noch mal. Oje. Was ich nicht verstehe, warum er die Schuhe ausgezogen hat. Oje. Thomas, bitte. Oje. Was diese Torwand jetzt braucht, ist einen Schuss. Aber die Richtung hat gestimmt. Tommi Gottschalk. Ich bin nie in meinem Leben in einer Schulmannschaft gewählt worden. Du musst schon ein bisschen Anlauf nehmen. Ein bisschen höher. Ein bisschen höher. Ein bisschen Anlauf. Ihr wart großartig. Ich würde sagen, wir müssen auch nichts abmoderieren. Wir müssen keine Tränen trocknen. Ihr wart großartig. Großes Kino. Tommi Gottschalk. Und hier die Damen natürlich im Doppel. Katrin Müller-Hohenstein. Moderiert von Dieter Kürten. Der dafür gesorgt hat, dass sie sich mit den Pärchen verteilt. So machst du das. Ja, das ist ganz schön. Vielen, vielen Dank. Ihr wart einfach großartig. Und so macht Fernsehen natürlich auch Spaß. Da möchte man im Grunde genommen und will, dass das so weitergeht. Man kann irgendwie auf so eine Fußballwand schießen. Man kann mit den Baggern rumspielen. Man kann andere Sachen machen und hat immer das Gefühl, die Dinge, die Tommi heute noch Spaß machen, die machen vielleicht dann auch dem einen oder anderen keinen Spaß. Ja, was noch mal so ist,